Da es auch heute noch bedauernswerterweise zahlreiche Anhänger der Jesus-in-Indien-Theorie gibt, wollen wir uns in diesem Beitrag noch einmal ausführlich der wissenschaftlich-systematischen Widerlegung selbiger widmen. Leute, die diese Hypothese vertreten, die variieren letzten Endes oftmals in ihren Weltanschauungen. Einmal heißt es, ja der Jesus, der sei dann, da es ja eine Lücke in den Evangelien bezüglich der Kinderjahre Jesu gibt, in seiner Kindheit einfach mal ganz rasch in Indien gewesen, dort sei er dann in buddhistischen und hinduistischen Lehren unterwiesen worden und das habe ja seine Predigertätigkeit in Palästina dann auch beeinflusst. Des Weiteren heißt es im zentralen Kern dieser Hypothese, Jesus habe seine Kreuzigung überlebt und sei dann nach Kaschmir ausgewandert, wo er dann hochbetagt verstorben sein soll. Diese Hypothese ist wissenschaftlich gesehen absoluter Nonsens und das werden wir auch zeigen. Zunächst einmal zu diesem Aspekt mit Yus Asaf, ein Heiliger im nordindischen Srinagar, der von verschiedenen Autoren und auch von Einheimischen für Jesus von Nazareth gehalten wird, der die Kreuzigung überlebt hat. Die islamische Gruppe der Ahmadiyya um Mirza Gulam Ahmad, der ja oftmals von sogenannten Offenbarungen berichtet, die ihm ja gezeigt hätten, Jesus sei nach Indien spazieren nach seiner Kreuzigung. Diese Gruppe der Ahmadiyya ist der Ansicht, dass es sich bei Yus Asaf um den historischen Buddha zusätzlich auch noch handelt, beziehungsweise um den Prinzen Siddhartha Gautama aus der Legende Barlam und Yus Asaf hat. Diese Identifikation ist allerdings schon allein deswegen fehlerhaft, weil sie durch eine Reihe von Druck- und Übersetzungsfehlern entstanden ist. Genauso verhält es sich auch bei der fehlerhaften Identifikation von Yus Asaf mit Jesus. Das sanskritische Wort Bodhisattva, was Erleuchtungswesen bedeutet, wurde in persischen Texten des 6. oder 7. Jahrhunderts zu Bodhisattva geändert. In einem arabischen Dokument, das aus dem 8. Jahrhundert stammt, variiert dieser Name schließlich zu Buddhasattva und dann zu Judasattva. Die arabische Schreibweise für B ändert sich durch einen zusätzlichen Punkt zu Y. Im Kamal-ud-Din von Ibn Babuja aus dem 10. Jahrhundert kommt Buddhasattva als Judasattva vor. In den Schriften der lautenden Brüder von Basra, der Iqwan al-Saffa von 1405, variiert der Name dann zu Yus Asaf. Auch in arabischen und persischen Versionen der Legende von Barlam und Yus Asaf hat, variiert der Name des Buddhas Siddhartha Gautama von Buddhasattva über Judasattva zu Yus Asaf. Yus Asaf, also einem indischen Namen dann zu Yus Asaf. Das bedeutet, der Name Yus Asaf wird dann getrennt zu Yus Asaf. Das funktioniert im Europäischen bei den europäischen Namen. Nicht aber im indischen, wo du nicht einfach einen Namen nehmen kannst und diesen dann durchschneiden kannst. Das allein ist schon philologisch absolut fehlerhaft. In Fidha Hasnains und Ghulam Achmads Übersetzung der Legende von Barlam und Yus Asaf ist das Wort Yus Asaf dann auch in diese zwei Worte aufgeteilt. Und Ghulam Achmat identifizierte Siddhartha Gautama dann mit Yus Asaf und diesen wiederum mit Jesus von Nazareth. Wie gesagt, es handelt sich um Abschreib- und Abdruckfehler, welche dann letzten Endes zu einer fehlerhaften Namensform geführt haben, die allerdings keinesfalls auf den Namen Jesu zurückzuführen ist. Und David Marshall Lung, ein britischer Historiker, der die Abteilung kaukasische Studien an der School of Oriental and African Studies der Universität London leitete, wies in einem Aufsatz der Encyclopedia of Islam von 1960 darauf hin, dass die Verbindung Buddhas mit Kaschmir auf einem Druckfehler in der arabischen Version Balaam und Yus Asaf von Mumbai zurückzuführen sei. Kaschmir, die arabische Form von Kaschmir, wird an der Stelle Buddhas zum traditionellen Sterbeort Kushinagar, also dem traditionellen Sterbeort von Buddha. Und da wird das im Pali und Arabischen eben fehlerhaft übersetzt und so handelt es sich um nichts weiter als um eine fehlerhafte Identifikation aufgrund einer falschen Überlieferung dieses Namens. Nikolas Notowitsch erregte im Jahre 1894 internationales Aufsehen durch seine Schrift, die zunächst im Französischen erschien, das unbekannte Leben Jesu Christi. Dieses wurde dann in weitere Sprachen übersetzt und im Deutschen im gleichen Jahr unter dem Titel Die Lücke im Leben Jesu. Darin verbreitet Notowitsch die Behauptung, Jesus von Nazareth habe in seiner Jugend Galiläa verlassen und lange in Indien gelebt. Und bei indischen Gelehrten habe er vor seinem späteren Wirken als Jesus Christus in Judäa den Buddhismus und Hinduismus studiert. Dies kann allerdings schon allein deswegen nicht sein, denn wo finden sich dazu Statements seiner Eltern, wo finden sich dazu indische und auch in den Evangelien, wo finden sich da irgendwelche Hinweise, wo finden sich da Schriften, wo finden sich da Aufzeichnungen aus Indien, die einen solchen Aufenthalt belegen. All das existiert nicht. Zudem sieht man in den Evangelien, dass in der Struktur der Evangelien absolut nichts darauf hinweist, dass Jesus Buddhist oder Hinduist gewesen sei. Wie kann man denn auf eine solche Idee kommen, wenn man die Lehre Jesu kennt? Wenn man die Aussagen der Evangelien kennt, dann wirst du feststellen, was Jesus bei seinem Abendmahl gelehrt hat. Er bezeichnete sich selbst als Weg, Wahrheit und Leben und er ließ sich am Kreuz töten und lehrte die leibliche Auferstehung. Er war Jude, der in Synagogen lehrte und die biblischen Texte auslegte. Er war es schließlich auch, der eben nicht, es findet sich kein einziger Hinweis darauf, dass Jesus die Wiedergeburt gelehrt habe. Und die christliche Wiedergeburt ist etwas vollkommen anderes, denn das ist nach der Taufe ein Neuanfang im Leben Jesu Christi. Das bedeutet, die biblische Wiedergeburt hat mit dem Reinkarnationsgedanken absolut gar nichts zu tun. Das bedeutet, dass Jesu Lehre und Lehren in den Evangelien hinduistische oder buddhistische Spuren enthalten müssten. Diese Lehren, die Jesus von Nazareth in den Evangelien gibt und die dann eben auch von den Aposteln vertreten werden, sind allerdings so unhinduistisch oder unbuddhistisch, dass das nicht ernsthaft Thema sein sollte. Auch diese ganze Sache mit, ja der Apostel Thomas sei nach Indien gereist, weil er ja Buddhist oder Hinduist gewesen sei, all das findet sich weder in der Apostelgeschichte, noch in irgendwelchen Zeugnissen aus Indien, noch überhaupt in der Denke von den Aposteln. Weil die Aposteln haben etwas gelehrt, was in vielerlei Hinsicht mit dem Buddhismus und Hinduismus nicht übereinstimmt. Und es gibt keine Spurenelemente des Hinduismus oder Buddhismus in den Evangelien. Schon allein deshalb absoluter Nonsens. Zudem beruft sich Notowitsch dabei auf einen Text in zwei Manuskripten, den er bei seiner Indienreise 1887 von einem Lama in dem buddhistischen Kloster von Hemis Ladakh vorgestellt und vorgelesen bekommen hätte. So, das entlarvt sich schon selbst und zwar sagt er, dass er von zwei dicken in Poppe gebundenen Büchern, die Jesus' geheimes Leben enthalten, vorgelesen bekommen hätte. Ja, schade nur, dass zwei dicke in Poppe gebundene Bücher in Indien und in buddhistischen Klöstern absolut unmöglich vorkommen können. Denn gebundene Bücher existieren hier schlichtweg nicht. Denn wie macht man es in Indien? Das sind einzelne Manuskripte, festgehalten von zwei, festgehalten von Holzplatten. Das bedeutet, die werden an Holzplatten angebracht. Gebundene Bücher findest du in buddhistischen Tempeln nicht. Das bedeutet, schon allein das ist purer Nonsens. Doch man kann es noch viel leichter widerlegen. Denn Friedrich Max Müller, angesehener Sprach- und Religionswissenschaftler der University of Oxford, bekam in einem Brief vom 29. Juni 1894 die Auskunft, dass Notowitsch und die von ihm angeführten Manuskripte dort gänzlich unbekannt seien. Ein Russe bzw. eine Person mit den Merkmalen von Notowitsch hätte sich in dem Kloster nie aufgehalten. Diese Auskunft erhielt auch Archibald Douglas, Professor für Englisch und Geschichte am Government College Agora, der das Kloster Hemis und seinen Vorsteher 1895 besuchte. Später soll Notowitsch sogar zugegeben haben, diese Geschichte erfunden zu haben, wie man es auch dreht und wendet. Es ist und bleibt ein Plagiat und es ist und bleibt eine Lügengeschichte, mit der man Geld und Profit und Aufmerksamkeit haben wollte. Das bedeutet, hier stimmt absolut gar nichts überein. Das bedeutet, absolute Lügengeschichte. Dann gibt es natürlich noch etwas ganz Faszinierendes und zwar das Wirken des Louis Jacoliot. Ein französischer Konsul in Kalkutta während des Zweiten Kaiserreichs. Gelebt von 1837 bis 1890. Autor und Indologe. Er lebte mehrere Jahre in Asien und legte mehrere Werke über seine sogenannten indischen Studien vor. Er will ebenfalls weismachen, dass die Jesus-in-Indien-These tatsächlich wahr ist. Ja, nur schade, dass dieser Louis Jacoliot ein so umstrittener Indologe ist, dass man ihn nicht wirklich ernst nehmen kann. Jacoliot's Werke sind wissenschaftlich größtenteils so fragwürdig, dass man sie nicht gebrauchen kann. Seine Übersetzung des Manus Murti ins Französische darf kommen so viele irrsinnige und irrführende Theorien vor, dass man sie nicht ernst nehmen sollte. Übrigens, Fun Fact, dieses Werke lag Friedrich Nietzsche vor. Ja, Friedrich Nietzsche, der große Nihilist. Gott ist tot. Ja, schade nur, dass der in seinen Spätwerken genau auf diese irreführenden Theorien Jacolios aufgebaut hat. Das bedeutet auch, damit sind weder die Werke von Jacoliot brauchbar, noch die damit auch von Nietzsche. Das bedeutet, da kannst du auch gleich sagen, ja, unkritisch übernommen von unsinnigen Thesen, welche nicht wissenschaftlich haltbar sind. Lustig auch, wenn man in Jacoliot nachliest, was der teilweise für einen Unsinn übersetzt. Die Hellenen will er zum Beispiel im Sanskrit gefunden haben, unter Helaner, also nahe dann als dieses Anhängsel von Helaner, Krieger, die der Hela dem Monde opfern. Das ist allerdings sprachlich gesehen absoluter Unsinn, denn Hela heißt zwar Mondlicht, aber es gibt keine Göttin dieses Namens in Indien. Das Anhängsel nahe bedeutet in dieser Form absolut nichts. Die Tyrena will er auch im Sanskrit gefunden haben, unter Tyranner, schnelle Krieger, kommt schlichtweg nicht im Sanskrit vor. Das bedeutet, er schreibt, er gibt irgendwelche Stellen aus dem Sanskrit an, was gar nicht im Sanskrit drin steht, oder er macht einfach irgendwelche Fehlübersetzungen, ob dreister oder einfach schlichtweg unwissender Natur. Es ist wissenschaftlich nicht belastbar und absolut nicht brauchbar. Bislang sieht es also schlecht aus für die Jesus-in-Indien-These. Doch auch aus medizinischer Sichtweise absoluter Blödsinn, denn diese ganze lustige Hypothese mit, ja, da gäbe es ja dieses Wunderheilmittel, eine Droge sei ja verabreicht worden von diesem Hauptwahn am Kreuz. Jesus habe durch diesen Schwamm keinen Essig, sondern eine Droge, die ihn in einen scheintoten Zustand fallen ließ, bekommen. Und er sei dann einfach im Grab wieder zu sich gekommen und sei dann einfach aufgestanden und sei herumspaziert. Ja, da fragt sich jetzt natürlich, da fragt sich jetzt natürlich selbstverständlich, Was für einen Sinn macht das, dass ein römischer Hauptmann Soldaten zu Jesus schicken sollte, die ihn in einen scheintoten Schlaf versetzen sollten. Die römischen Soldaten, die römischen Hauptmänner hatten ein Interesse daran, Jesus tot zu sehen. Erstens, weil sie es aus politisch-religiösen Gründen schon vorhatten und zweitens, weil sie jemandem unterstellt waren, der garantiert nicht simperlich mit ihnen umgegangen wäre. Wäre da irgendein Fehler passiert, das bedeutet, wäre Jesus tatsächlich nicht wirklich tot gewesen, und das ist ja von Henkern festgestellt worden, die dafür Experten sind, dann hätte sie dasselbe Schicksal ereilt. Warum also sollten sie überhaupt eine solch sinnlose Tat machen? Zumal, es gibt ja dann diese ganzen Hypothesen, ja, das sei ja auch wieder aus Indien irgendeine Droge, die von einem geheimen Orden der Essener dann heraufgeschmuggelt worden sei. Weil es gibt keinen einzigen Nachweis, dass in Indien irgendwelche Rauschpflanzen für einen solchen Zweck jemals verwendet worden wären. Das bedeutet, auch das ist absoluter Unsinn. Das ist absoluter Unsinn und wir werden auch noch gleich sehen in Bezug auf die Essener, warum es die Essener weder gewagt haben können, so etwas zu tun, noch warum sie überhaupt... Also das ist einfach absolut irrsinnig. Dann, zu dieser medizinischen Unmöglichkeit, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat. Also, Jesus soll die Folterung und das Auspeitschen durchlitten haben, mehrere Stunden am Kreuz angenagelt gehangen haben, die Römer haben einen Speer durch seine Seite gestoßen, das ist klar. Vier erfahrene Henker, die seinen Tod bestätigen, haben sich geirrt, obwohl, wenn sie sich geirrt hätten, weiß ja was los gewesen wäre, zumal sie Experten dafür waren. Jesus hätte durch 100 Pfund klebriger Masse, also er wurde in ein Leichentuch eingewickelt mit Spezereien, das hat so geklebt, wieso sollte er da atmen, wenn ihm vorher ein Speer durch die Brust getrieben worden wäre. Lustig, auch in diesem Zusammenhang, dass Historiker wie Johannes Fried beweisen wollen, dass dadurch Jesus Herzschlag wieder angeregt worden sei, indem er ihm einfach mal einen Speer durch die Brust pfeffert. Nicht nur medizinisch gesehen ist das absoluter Nonsens. Ja, man muss halt einfach ehrlich sagen, dass Johannes Fried und auch die anderen, die so etwas behaupten, zuvor gesagt haben, ja das Johannesevangelium, das ist ja sowieso eine historisch unzulängliche Quelle, weil sie ja so spät entstanden sei und damit nicht für den historischen Jesus relevant sei. Dann allerdings für ihre Theorie hergehen und sagen, ja das nehmen wir jetzt einfach mal ganz hübsch als unsere Hauptquelle für unsere Hypothese, ohne dass das überhaupt nicht funktionieren würde. Das bedeutet, deren Arbeitsweise ist so unwissenschaftlich und lachhaft, dass man wirklich sagen muss, also kann man nur mit lustiger, kann man nur mit Augenzwinkern ablehnen. Dass Jesus das Grab trotz der davor postierten römischen Wacheinheit verlassen hat und Jesus innerhalb kürzester Zeit von seinen schweren Verletzungen so weit genesen war, dass er vor seinen Jüngern auftreten und predigen konnte, ja sogar kilometerweit mit ihnen wandern konnte und keine meterlange Blutspur hinter sich herziehen ließ, die dann letzten Endes darauf hingedeutet hätten, dass Jesus am Verbluten war. Zumal bei so viel Flüssigkeitsverlust und Blutverlust es absolut unwahrscheinlich ist, dass sich jemand überhaupt nochmal aufrappelt. Zumal ihm die Hände und Füße durchnagelt wurden und so rappelt sich kein Mensch auf, weil er in seiner Mobilität nicht nur eingeschränkt ist, sondern er ist verkrüppelt, er ist entstellt. So kann man nicht mehr gehen, so kann man nicht mehr bis nach Indien wandern und es muss ja so gewesen sein, denn es gibt keine Gegendarstellungen, es gibt keine konkurrierende Begräbnis-Erzählung, es gibt keine konkurrierenden Legenden gegen die Evangelien, es gibt keine Gegendarstellungen, es gibt nichts dergleichen. Das bedeutet, die Sachen, die in den Evangelien beschriebenen Ereignisse, müssen historisch sein. Ja und warum soll das Grab am Ostermorgen leer gewesen sein? Warum soll die Wacheinheit geflüchtet sein? Warum soll das Grabtuch im Grab zurückgeblieben sein? Noch dazu ordentlich? Und warum soll aus den Jüngern, die noch ein paar Tage zuvor bei der Gefangennahme Jesupanisch flohen und sich irgendwo einschlossen, plötzlich Menschen geworden sein, die bereit waren von der Auferstehung zu predigen? Zumal, wenn Jesus in Indien gesessen haben sollte, wie sollte sich diese Botschaft dann je gehalten haben? Ohne, dass die aus Indien gesagt haben, ja hier ist er doch. Oder dass die Jünger gesagt haben, ja gut, der ist jetzt nach Indien gewandert und nach Indien gepredigt und predigt jetzt in Indien, weil er letzten Endes durch ein Gotteswunder doch überlebt hatte. So hätte das dann ausgesehen, nicht irgendwie anders. Das bedeutet, aus medizinischer Sicht absolut unmöglich, dass das so gewesen sein kann. Dann noch zu dieser lustigen Hypothese, ja jetzt geht der Geheimbund, der Essener, der hat da dann wohl irgendwie so etwas gemacht wie, ja dann hat man einfach mal gesagt, ja die Essener waren es. Die Essener, die waren ja so großartige Heiler, obwohl sie gar nicht so großartige Heiler waren. Das bedeutet, überschätzen darf man sie jetzt auch nicht. Dann stellt sich die Frage, warum sollte ein jüdischer Geheimbund Jesus helfen? In Betrachtung der frühen jesuanischen Worte zeigt sich, dass Jesus von Nazareth fern von allen Kulten, Ritualen oder äußerlichen Frömmigkeitspraktiken war. Das steht im Widerspruch zu der Haltung der Essener. Das steht in dem absoluten Widerspruch zur Haltung der Essener. Des Weiteren, Jesus grenzte keine Randgruppen aus, vielmehr schloss er sie in das Gottesvolk mit ein. Die armen, benachteiligten Frauen, Zöllner, Huren und andere, Ausländer, Aussätzige, das machte ihn von den Essenern klar unterscheidbar. Außerdem, das letzte Abendmahl, Jesus brach das Brot, sprach mit seinen Jüngern, lehrte sie am Essenstisch. Die Essener haben schweigend da gesessen und haben ganz schnell ihr Mahl eingenommen in absolutem Stillschweigen und absoluter Geheimnistuerei. Das bedeutet, auch hier besteht absolut keine Ähnlichkeit. Und wenn Jesus in seiner Lebenspraxis sich so von den Essenern unterschied, dann kann er erstens selbst keiner gewesen sein und zweitens, wenn das so war und er kein Essener war, warum sollten die Essener dann einem angeblich gescheiterten Messias helfen und damit selbst ihr Leben riskieren? Zumal, wenn die da am Grab aufgetaucht wären, dann wäre höchstens berichtet worden darüber, wie die Wachen sie verscheucht hätten. Ja, das bedeutet, sie wären gar nicht zu Jesus hineingekommen. Und vor allem, warum sollten sie das tun? Warum sollten sie sich da erwischen lassen, wenn sie da überhaupt keinen Zweck dahinter sehen können? Diese angeblichen geheimen Friedensevangelien der Essener, das Ur-Evangelium der Essener, alles Fälschungen, allesamt irrsinnige Fälschungen, Fälschungen von Menschen, die für Plagiate bekannt waren, das habe ich ja schon mal ausgeführt, kann also absolut nicht sein. Des Weiteren ist es natürlich so, dass nicht geklärt ist, wieso jetzt die Essener plötzlich mit den Indern in Verbindung stehen sollten, wie das alles so gewesen sein sollte. Und wenn man dann herkommt und irgendwelche Sachen sagt von wegen, ja, da gibt es ja die Jesuswiese in Indien, da gibt es ja Ortschaften und Personen, die nach Jesus benannt sind. Ja, das kann schon sein. Liegt vielleicht auch daran, dass es Missionare gab und die Nestorianische Kirche und auch die römisch-katholische Kirche in Indien missioniert haben und das liegt nicht daran, denn da müsste es irgendwelche Zeugnisse geben, wenn da Jesus unten gewesen wäre. Das hat absolut nichts damit zu tun, dass Jesus hier irgendwie oben gewesen, also da gewesen sein soll. Also das absolut nicht wirklich glaubwürdig. Dieses 1859 in Leipzig erschienene Buch ohne Autorenangabe mit dem Titel wichtige historische Enthüllungen über die wirkliche Todesart Jesu nach einem alten in Alexandrien gefundenen Manuskripten von einem Zeitgenossen Jesu aus dem Heiligen Orden der Esser aus einer lateinischen Abschrift des Originals übersetzt. Erstens, wer garantiert dafür, dass es überhaupt richtig übersetzt hat? Und zweitens, wo ist dieses Manuskript? Es existiert nicht. Dieses existiert schlichtweg nicht. Und dieses Buch ist auch eine Fälschung. Das sind Plagiate. Das sind Fälschungen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Solche Manuskripte hätten überliefert werden müssen. Es hätte diese Gegendarstellungen geben müssen. Die gibt es nicht. Dann hätte das Christentum niemals so florieren können. Und das bedeutet letzten Endes einfach alles, dass alles, was diesen historischen Berichten heutzutage entgegensteht, kann nicht wahr sein. Denn diese konkurrierenden Legenden müssten schon damals existiert haben und damit das Christentum zerstört haben. Das finden wir allerdings nicht, dieses Phänomen. Das bedeutet auch absoluter Unsinn. So verbleibt nicht wirklich viel von Jesus in Indien. Das Einzige, was verbleibt, sind christliche Legenden aus Indien, sind irgendwelche christlichen Kreuze und Male aus Indien, die allesamt damit zu tun haben, dass die Kirchen selbstverständlich und christliche Missionare auch in Indien unterwegs gewesen sind. und christlicher Stoff dann eben dort eingearbeitet worden ist. Letzten Endes hat das aber nichts damit zu tun mit einem angeblichen Haufenthalt Jesu in Indien. Denn das ist und bleibt einfach nur pure Fiktion.